Ich kaufe immer mal wieder Sachen, die ich so sehe und mir denke, ja okay, das könnte eine ganz gute Idee sein. Und dann liegen sie bei mir im Schrank so ewig rum und jetzt habe ich mir mal vorgenommen, diese Reisnudeln hier zu probieren. Die sind einfach nur aus Reis und Wasser und ich glaube Tapioca-Stärke. Und habe da jetzt noch so eine Tomatensauce dazu gemacht. Ich finde, die haben ein bisschen länger gebraucht, um zu kochen, waren aber sehr, sehr lecker.